Den ist 50 Cent mit Candy Shop. Was süßes für die Ladies hat 50 auch am Start. Eine sexy Dessous-Linie mit Strings, Push-Ups und allem, was scharf macht. Aiken muss mit Locked Up runter von der 5 auf die 9. Dafür darf er bei Nelly's Soundtrack für den Hollywood-Movie The Longest Yard mitrappen. Gemeinsam mit Snoop Dogg wird The Game im Sommer durch die Startentouren und die West-Coast-Fans glücklich machen. Mit How We Do geht der Game Boy hoch auf die 8. Platz 7 gibt's für Jay-Z und Linkin Park mit Namen Boncore. Auch Linkin-Charter Chester will demnächst Solo durchstarten mit einem Gig auf einem Tattoo-Festival. Arme Mariah Carey. Der Diva wurde Wodka für 30.000 Dollar stiebelt, den sie für ihre Geburtstagsparty geordert hatte. Stock nüchtern geht's runter auf die 6 mit It's Like That. Mario steigt mit Let Me Love You nochmal einen Platz auf die 5. Das absolute Idol von Mario ist Usher, vor allem in Sachen Frauenvernaschen. Am 1. April haben fettes Brot den Hamburger Hauptbahnhof lahmgelegt. Die Jungs lieferten den Fans ein Gratis-Konzert. Hilft alles nix, Emanuela muss runter auf die 4. Over and Over fällt diese Woche auf die 3. Nach dem tragischen Tod seiner Schwester will Nelly sich in Zukunft noch mehr für Leukämie-Kranke einsetzen. Ein New Entry auf die 2 ist für Gwen Stefani mit Rich Girl drin. Die sexy Kalifornierin wurde in England zur Stil-Ikone Number One gewählt. Und wir kommen zu Platz 1 in der European Shop 20. Es ist ja eine gut bewährte Tradition, am Ende von diesen 2 Stunden kommt die olle J.Lo. Auch heute ist es so, denn Get Right hat die Proposition behalten und wir haben erstaunliche Neuigkeiten. Denn J.Lo will nicht mehr J.Lo heißen, weil der Name ist Kacke. Fällt ihr ein bisschen spät auf, vor allem nachdem sie dann sämtliche Kollektionen, Düfte und Häuser wahrscheinlich auch so getauft hat. Und vor allem frage ich mich sowieso, was ist denn das grundsätzlich? Puffy wollte auch nicht mehr Diddy sein? Hä? Keine Antworten, dafür 327 verschiedene Kostüme. Jetzt und hier rock fleißig weiter. Get Right auf der 1.